Hallo, ich sitze hier mit Carsten Kroners, der Fotograf ist und habe eben gerade die spannenden, abstrakten Bilder an der Wand gesehen und bin gespannt, was du mir darüber erzählen magst und über dich. Abstraktion, was ist Abstraktion? Also ich stelle mir die Frage, weil eigentlich im Prinzip die Arbeit ein Selbstporträt der Fotografie ist, also eigentlich müsste die Fotografie als Medium die Antwort geben, weil ich habe eigentlich nur quasi umgesetzt das, was die Fotografie nicht mehr zeigen kann. Also in dem Falle das fotografische oder das gegenständliche Bild und zwar habe ich zwei Jahre lang alle Fehler aus meinem Negativarchiv, also aus den Negativvorlagen geprintet und dort halt bewusst alle Bilder rausgesucht oder alle Negativstreifen, wo das fotografische Abbild nicht mehr zum Vorschein kam. Also die, wo es quasi überbelichtet war oder ein Fehler auf dem Film passiert ist? Genau, die Eternal Errors, so wie sie auch heißt. Und ja, im Prinzip daraus ein fotografisches Porträt gemacht. Ja. Selbstporträt der Fotografie. Spannende Bezeichnung, Selbstporträt der Fotografie. Ich habe es probiert. Auf manchen kann man ja noch so ein bisschen Gegenständlichkeit erkennen, auf den meisten fast gar nicht mehr. Man kann nur noch an ganz kleinen Punkten festmachen, dass es mal eine Fotografie war. Wie kamst du auf die Idee? Und ist das mit dem runden Kreis ein Element, was du hinzugefügt hast oder wie kam das zustande? Ja, schon. Also letztendlich ist beim Printen die Maske, die man über den Film legt, um bestimmte Elemente abzudecken. Also man hat quasi eine schwarze Maske, die die Bereiche abdeckt, die nicht belichtet werden sollen auf dem Fotopapier. Ja, und da hat eben in einem Kreisausschnitt mir den Teil gesucht, wo es halt gerade nicht mehr Fotografie ist, sondern das Medium an sich. Also man sieht halt noch diese Verweise auf Film, durch das Film Korn, dass es eine Fotografie ist. Die Kratzer im Negativ, die halt eben auf dem Fotopapier dann auch zur Erscheinung kommen oder selbst so die Schlieren durch irgendwelche Entwicklungsfehler, die sind halt noch so eine Evidenz halt für eine Fotografie. Aber wenn du nicht irgendwie, ich sag mal, ein Nerd bist oder so oder dich mit Fotografie auskennst oder gerade mit analoger Fotografie, dann wird es verdammt schwierig. Und das war mir auch nicht bewusst, weil die Arbeit eigentlich immer im fotografischen Kontext gezeigt wurde und hier mehr im gesamtkünstlerischen Kontext gezeigt wird. Und ich glaube, die Arbeit nicht wirklich als Fotografie auch wahrgenommen wird. Deswegen habe ich da heute noch so einen Zettel an die Wand geklebt mit der Bezeichnung C-Prinz. Und selbst das ist ja auch schon wieder so eine Angabe, die halt, ja, du wirst es wissen, aber was sind C-Prinz halt, ne? Erklär es doch mal. Naja, Abzüge auf PE-Papier. Also egal jetzt, ob digital belichtet oder analog belichtet. Deswegen habe ich es noch dazu geschrieben, analoge C-Prinz, aber Color-Prinz letztendlich. Also jetzt nicht Pigment-Prinz durch einen Inkjet-Drucker, sondern noch mit Licht belichtetes Fotopapier und durch Chemie entwickelt. Und ist es jetzt so eine limitierte Auflage oder ist es jetzt so ein endloses Projekt, was du immer weiterführen wirst? Dräng limitiert. Das sind alles Unikate. Okay, das heißt, alles gibt es nur einmal. Richtig. Wow. Also hättest du theoretisch jetzt noch mehr Abzüge machen können, oder? Ja, schon. Wobei ich fand es eigentlich ganz gut, dann das Nächste zu machen, sich mit dem Nächsten Fehler zu beschäftigen sozusagen. Und das quasi ein bisschen, ja, nicht als Massenauflage, weil es auch wieder eigentlich so das Thema ad absurdum führen würde. Es geht eigentlich so eher um das Unikat der analogen Fotografie. Und wenn du in Zukunft dann weiterhin so Fehler im Negativ findest, würdest du dann quasi Serie aber fortsetzen mit den neuen Elementen? Ah, schwierig. Also es gibt so ein paar Negative, die könnte ich mir noch vorstellen zu printen. Aber es ist so, ich bin so ein Typ, der mit Langzeitprojekten echt so öfters oder länger im Gewickel ist. Also schon auch so drei, vier Jahre. Mein aktuelles Projekt Searching for Mr. X, da arbeite ich schon seit sechs Jahren dran. Also wenn gleich noch Zeit dafür ist, dann würde ich noch kurz dazu was sagen. Ja, sehr gerne. Und zwar Searching for Mr. X, eine Arbeit, die entstand in Tel Aviv. Oder hast du noch eine Frage zu dem Eternal Error Projekt? Jetzt sind wir schon so gut rüber. Okay. Ich zähle mir sehr gerne davon. Cut. Okay, also Searching for Mr. X, wie es halt so ist. Manchmal sind die Zufälle halt das Beste im Leben. Ich lebe in Tel Aviv so nach dem Studium für eine neue Arbeit. Zum Entspannen habe ich eine Dokumentation über Eritrea gemacht, die in Tel Aviv leben. Und mich echt fasziniert so für die Kultur der Eritrea dort. Eines Nachts am Strand wurden unsere Telefone geklaut von meiner damaligen Freundin und mir. Und der neue Besitzer meines Telefons, der wahrscheinlich mein Telefon auf dem Schwarzmarkt gekauft hat, fotografierte damit. Schickte mir die Bilder auf die Dropbox versehentlich oder zumindest mal unbewusst. Und gab mir halt einen super Einblick in sein Leben. Als gebürtiger Eritreer konnte ich dann halt eben auch so Stellen aus seinem Leben beobachten, die eigentlich nicht so zugänglich sind für, ich sag mal, Weiße oder nicht aus dem Clan kommenden. Und Zufälle gab es dann auch irgendwie innerhalb der Bilder. Also wirklich krasse Zufälle, sodass es Leute gibt, die denken, das Projekt ist inszeniert. Und zwar habe ich eine Frau fotografiert, zwei Wochen bevor Mr. X die Frau auch fotografiert hat. Also ich entdeckte auf seinen Bildern quasi, ja, genau. Oder ein anderer Zufall war ein Haus, was ich porträtiert oder so eine Straßenszene fotografiert habe. Und sechs Monate später fotografiert er genau auf dem Haus weiter. Und da dachte ich, hey, ich suche Mr. X und bin dann nach Tel Aviv mit seinen Bildern geprintet in Buchform, wollte ihm halt einfach seine Bilder zurückgeben, so als, naja, Performance. Also du hast da was verloren auf meiner Dropbox und es ist eigentlich ein ongoing Projekt. Letztendlich suche ich ihn immer noch. Okay, noch nicht gefunden. Nee, genau. Ich bin dann auch in sein Heimatland Eritrea gereist, habe dort weitergesucht und habe ihn dort auch nicht gefunden, aber dafür halt wirklich viele Links zu seiner Kultur. Und ja, im Prinzip ist es jetzt fast beendet. Also ich suche jetzt gerade einen Verlag für dieses 180-Seiten-Projekt, die Kombination aus seinen Bildern und meinem Doku-Material, was ich fotografiert habe, eben in drei verschiedenen Aufenthalten. Ja, das ist so eins von den Langzeitprojekten, sodass ich jetzt wieder auf die Eternal Error-Serie zurückkomme und sagen muss, ich bin immer ganz froh, wenn man auch was cuttet und sagt, das war es jetzt. Verstehe ich. Aber klingt nach total spannenden Projekten auch sehr spannend, dass es der Zufall da so reingespielt hat. Und ja, ich fände es spannend und schön, auch wenn du irgendwann diesen Mr. X findest. Und ich würde sagen, das Buch kommt dann wahrscheinlich auf den Markt. Weißt du schon ungefähr wann? Nee, also ich hoffe Frühling nächsten Jahres. Aber wer weiß, was für Projekte noch kommen, weil es könnte jeden Tag irgendein neuer Zufall passieren. Und dann verschiebt sich das vielleicht ein bisschen. Aber ich bin ja sehr optimistisch, dass der Winter total verregnet wird und ich ganz viel Zeit dafür habe. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, bleibt auf dem Laufenden, guckt auf seine Seite, informiert euch und wir sind alle gespannt, was das Buch bringen wird. Ja. Ja, danke. Hoffentlich. Danke dir. Danke dir.